Liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einem weiteren Ankündigungsvideo auf meinem Kanal. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Entwickler Duftail Games kündigte vor einigen Tagen die Strecke Kiel-Lübeck für den Schweinsimulator 2020 an. Nun hat Entwickler DTG den Release-Termin sowie konkrete Details des DLCs Kiel-Lübeck bekannt gegeben. Die Strecke Kiel-Lübeck wird am 12. Dezember 2019 als kostenpflichtiges DLC für den Schweinsimulator 2020 für den Preis von 29,99 Euro auf Steam erhältlich sein. Die Strecke kann bereits ab jetzt auf Steam vorbestellt werden. Vorbesteller bekommen dabei einen Rabatt von 10% und können somit die Strecke bis zum 12. Dezember 2019 für einen ermäßigten Preis von 26,99 Euro erwerben. Das DLC Kiel-Lübeck beinhaltet die 80 Kilometer lange Eisenbahnstrecke von Kiel nach Lübeck. Diese Strecke ist überwiegend eingleisig und nicht elektrifiziert. Zum Paket gehören außerdem der Dieseltriebwagen der DB Baureihe 648, auch bekannt als Lint 41, die DB Baureihe 218 in roter DB Lackierung und die DB Baureihe 261. Außerdem gibt es einen Doppelstock-Steuerwagen sowie Doppelstock-Mittelwagen. Zusätzlich werden noch Intercity-Wagen der 1. und 2. Klasse mitgeliefert. Für den Güterverkehr stehen uns Waggons, für den Holztransport und Kesselwaggons zur Verfügung. Das DLC Kiel-Lübeck beinhaltet insgesamt sieben Karriere-Szenarien. In diesen Karriere-Szenarien fährt der Spieler mit dem Triebwagen Baureihe 648 und der Diesellokomotive Baureihe 218. Was ist eure Meinung zum DLC Kiel-Lübeck? Gefällt euch die Fahrzeugauswahl oder hättet ihr euch hierfür vielleicht andere Züge gewünscht? Eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Habt ihr euch die Strecke bereits gekauft? Oder werdet ihr euch diese Strecke zum Release kaufen? Eure Meinung auch dazu bitte in die Kommentare. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr am nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise. Willkommen, du heilt das velvet? Untertitelung des ZDF, 2020